Die Wahrheit in den Wolken Jonas, du sollst doch nicht fernsehen, ruft Linda. Das Fußballspiel fängt erst in einer Stunde an. Der ist von alleine angegangen, antwortet Jonas. Na klar, murmelt Linda und setzt sich in ihrer Sonnenliege auf. Ihr Sohn sitzt auf der Terrasse vor dem Fernseher. Neben ihm liegen Mickey Mouse Hefte. Auf dem Bildschirm sieht man einen Mann in mittleren Jahren mit kurzen grauen Haaren und Brille. Er trägt einen blauen Anzug und steht vor einem Poster mit der Aufschrift Blaue Armee Fraktion. Linda nimmt die Fernbedienung und drückt auf den Ausschalter. Habe ich schon am Gerät probiert, sagt Jonas. Das geht nicht. Linda legt die Fernbedienung neben Sonnenbrille und Creme auf den Boden und zieht sich eine Strickjacke an. Es ist eh keine Sonne. Sie schaut zum Gerät. Anfang der 60er Jahre ist Gott nach vielen Jahrtausenden zu den Menschen zurückgekehrt, erklärt der Mann. So etwas ist für den militärisch-industriellen Komplex aber nicht tragbar. Wenn jeder den Herrgott sehen und mit ihm reden kann, dann führt das zwangsläufig zu einer Schwächung der vorhandenen Machtapparate. In einer einzigartigen Zusammenarbeit zwischen Vatikan, NATO, Warschauer Pakt und der UN wurde eine Verschwörung erdacht, deren Tragweite den Menschen bis heute unbekannt ist. Was redet der denn für einen Unsinn? Linda schüttelt den Kopf. Dann kneift sie die Augen zusammen. Die plötzlich aufgetauchte Sonne blendet sie und sie setzt sich ihre Sonnenbrille auf. Das wurde ja auch mal Zeit, sagt sie und greift nach ihrer Creme. Unser aller Trinkwasser wurde bis zum heutigen Tag mit Drogen versetzt, erzählt der Mann weiter. Diese Stoffe machen uns blind für Gott, der am Himmelszelt über uns wacht und mit uns sprechen möchte. Meine Jünger und ich haben jahrelang an einem Gegenmittel gearbeitet und heute kann ich stolz verkünden, dass auch die Verteilung funktioniert hat. Wenn sie diese Botschaft sehen, dann haben sie das Mittel schon im Blut. Wohl an, schaue zum Himmel hinauf, der Herrgott wird euch segnen und seine Stimme wird als Wohlgesang zu euch herabschallen. Der Fernseher zeigt plötzlich ein Testbild. Das war ja ein Spinner, sagt Linda und schaut zu ihrem Sohn, aber der starrt mit offenem Mund in den Himmel. Jonas? Da oben, antwortet Jonas. Da ist Gott. Na klar doch, sagt Linda und guckt hoch. Grundgütiger. Ja, donnert eine tiefe Stimme vom Himmel herab. Der bin ich. Das, das kann nicht sein, sagt Linda und schüttelt den Kopf. Das ist unmöglich. Aber du siehst mich doch, dröhnt die Stimme. Das sind diese Drogen, entgegnet sie. Ich finde das toll, lacht Jonas. Mal schauen, was Frau Laube morgen in Religion dazu sagt. Linda atmet tief ein und aus. Jonas, sagt sie, das ist nicht Gott. Doch, entgegnet die Stimme. Aber, aber Gott ist nicht, nicht, ja. Blau, schreit Linda. Gott ist nicht blau und er trägt auch keine weiße Mütze. Warum nicht, fragt die Stimme. Ab sofort sind alle Menschen gleich. Gleich blau. Die anderen Farben haben zu viele Probleme bereitet. Linda setzt ihre Sonnenbrille ab und betrachtet ihre Hände. Sie sind blau. Nein, schreit sie. Dann sieht sie zu ihrem Sohn. Und auch er hat plötzlich blaue Haut und eine weiße Mütze auf dem Kopf. Cool, lacht Jonas. Und jetzt, donnert die Stimme. Lasst uns schlumpfen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.